Das kannst du einfach so? Ja, das kann ich einfach so, aber ich muss halt nur an was Eseliges denken und dann ist es da. Das ist wie so Weinen bei Lars Eidinger. Bitte? Lars Eidinger kann auf Knopfdruck weinen. Nein, ne, das kann ich nicht. Du kannst das. Ich kann auf Knopfdruck wirken, das weiß ich nicht, ob ich da in irgendeinem Film vielleicht dafür besetzt werden könnte. Aber das ist wirklich ne Gabe, also ist wirklich ne Gabe.